Also, wenn ich das richtig behalten habe, dann ist Ihr Bruder hier ums Haus rumgegangen. So nehmen Sie es wenigstens an, oder? Ja, auch die Geschworenen nehmen das an, Herr Inspektor. Ja, natürlich. Er hat also hier übers Gras gehen müssen, wie wir. Ich bin wirklich gespannt, was Sie vorhaben. Das werde ich Ihnen sofort sagen. Im Augenblick ist das Gras ziemlich trocken. Die Sonne scheint drauf. Es ist später Nachmittag. Und, äh, als Ihr Bruder umkam, war es doch nass, nicht? Moment mal. Sehen Sie? Gras. Ja, und was soll daran komisch sein? Komisch ist ganz was anderes, dass an den Schuhen Ihres Bruders kein Gras war. Ich weiß nicht, was wollen Sie damit sagen? Ihr Bruder ist eine Woche tot. Das war am Donnerstag. Ich habe die Fotos von seiner Leiche studiert. Mit einwandfreier Vergrößerung. Selten gut. Wirklich. Nicht ein einziger Grasham war an seinen Schuhsohlen zu sehen. Und ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. Verstehen Sie? Der Rasen war frisch geschnitten. Vor allem war er feucht, denn es war ja in der Nacht. Der Tau... Ja, Moment. Sie haben vollkommen recht, Inspektor. Er muss Gras an seinen Schuhsohlen gehabt haben. Aber wahrscheinlich hat er sie auf dem Teppich abgestreift. Und dummerweise hatten wir Großputz unterdessen. Ach so, ja. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Ja, noch eine Kleinigkeit. Ich nehme an, Charles hat die Leiter gebracht unterdessen. Anzunehmen? Ja. Geht schnell, wenn er mich. Beeil mich, ich habe es ja versprochen. An dem Morgen, an dem Ihre Frau Mutter ankam, da habe ich hier oben... Die Blumen, schön sind die. Wie aufmerksam. Nein, nein, ich finde sie wirklich schön. Aber als ich den Topf sah, da habe ich mir gleich gedacht, dass die meisten Leute irgendwo vor der Tür einen Hausschlüssel verstecken. Man kann doch vorkommen, dass man den eigenen schon mal vergesst, nicht? Sehen Sie... Sehen Sie das hier? Was? Hier, diesen Abdruck. Sehen Sie den? Ja, und was ist damit? Sie könnten aber Fragen stellen. Das ist doch ein ganz deutlicher Abdruck. Ist ein Versteck gewesen für einen Ersatzschlüssel, und zwar ziemlich lange, wie mir scheint. Drauf geregnet hat es auch. Sieht man ganz deutlich. Das ist genau, wie Sie sagen. Hat monatelang da gelegen. Ich habe ihn erst rausgenommen, kurz bevor mein Bruder ums Leben kam. Price wusste gar nichts davon. Ich habe ihn selbst wieder weggenommen, als mir einfiel, dass das gar nicht so ungefährlich wäre. Das verstehe ich nicht. Wieso denn? Irgendjemand will bei uns einbrechen, der steckt in den Schloss, und schon ist die Alarmanlage außer Betrieb. Was ein Argument. Ja, ja. Ja, das ist überzeugend. Sogar richtig, denn Sie hätten den Schlüssel gefunden. Ja, klar. Das ist erwiesen. Tja, Inspektor, auch meine Gastfreundschaft ist nicht unbegrenzt. Die Geschworenen haben einstimmig Tod durch Unfall festgestellt, und dieses Urteil ist auch für Sie verbindlich. Sie verstehen mich falsch. Ich will doch nicht aufdringlich sein. Ich wollte nur ein paar offene Fragen klären. Ich kann einfach nicht anders. Das ist ein Fehler von mir. Meine Frau hält mir das ewig unter die Nase. Ich kann das einfach... Ist das wahr? Sie verstehen jetzt, was mich beunruhigt hat. Ich habe mir einfach gedacht, wenn das ein Schlüsselversteck war, und Ihr Bruder hätte das Versteck gekannt, dann wäre er doch durch die Haustür reingekommen, nicht über die Veranda. Aber ich habe Ihnen danach die Wahrheit gesagt, Inspektor. Und genau das habe ich auch vor den Geschworenen getan. Und ich weiß nicht, was Sie für Zwangsvorstellungen haben mögen. Dennoch muss ich Sie bitten zu gehen, und zwar endgültig. Ich habe nur eine einzige Frage. Ich habe nur eine Frage.